Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir auf dem Server von Noelle und dann würde ich sagen, zeige ich was jetzt im Video los ist. Let's go. Okay. Das ist eine der neuen Maps und jetzt wird Noelle hier mal kurz eine Million Blöcke verschwinden lassen. Ready? Ja, also im Chat kommt nichts. Lädt das echt so lange? Hast du schon, hast du eine Gang? Du hast Punkt geschrieben. Ah. Oh, jetzt wird's grad verarbeitet. Oh, Zeitüberschreitung als ob. Nice. Schnell rauf gehen. Server ist wieder down. Wir müssen warten, bis es umgeht. Scheiße, ist wieder down. Mann. Die Folge ist in den Server gecrashed. Nice, Alter. Wir bringen einfach den Server zum Crashen. Ja, so krass, Digga. Mann, Alter. Das lädt einfach so verdammt lange. Ping gegen. Ja, steht bei mir auch. Was ist mit dem Server raus? Okay. Das war's mit der Aufnahme, oder? Ah. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Das Like und Abo ist schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Und auch beim Noelle, den verlinke ich jetzt unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Okay.